Leute, Eika-Drama kriegt wieder Luft. Ja, ich bin wieder fresh. Was heißt, wir können weiter machen? Wir versuchen es zumindest. Tschüss, Eika. War natürlich klar. Kommt ihr Name Eika-Drama eigentlich von der Gentin Eika? Nein. Na gut, hoch. Ja, 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 ja. Ich habe mir das gemerkt vom letzten Mal. Ja, ja. Tschüss. Ich sehe, wie du gemerkt hast. Außer die Mauer, ich habe mich vergessen. Aber nur die Mauer. Ja, guck. Ja, ja, und jetzt? Ja, und dann? Mitte, okay. Und dann, du sagst, Mitte, hoch. Runter. Oh, komm. Spring, Mitte. Oh Gott, du kostest mich schnell. Ich merk' ein Typ. Okay. Hoch. Runter. Hoch. Mitte. Nein, komm, 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 runter. Hoch, runter. Runter, hoch. Ja. Ja, okay. Wie ist das, du fucker? Diesmal nehme ich die Schuld auf mich. Aber diesmal. Ich war so gut, wette, jetzt schaue ich das nicht wieder. Ja, ich glaube auch. Meine Güte, ey. Komm, okay, du weißt, wie es geht jetzt, komm. Ja, alles klar. Ja, wow. Spring. Spring. Ich kum' ich auch schon. Hoch. Ja. Und. Ja. Ja, wow. Komm runter, komm runter. Sorry. Runter. Ja. Ja, ich geh' nicht. Ja, geh' nicht. Ich hör' nicht wieder auf die. Ich tu' einfach das. Guck mal. Ich achte einfach auf die Dinger, die ich auf dem Bildschirm sehe. Ja, besser nicht. Ja, doch. Ja, besser nicht. Achso. Das geht. Ich muss gar nicht dahin. Ja. Schau mal. Wenn du sagst, du achtest auf die Dinger, dann musst du auch springen, wenn da der Mauer kommt. Komm. Ich kann nicht reden und springen leichtfertig. Ich glaube... Ich glaube... Ja. Wui. Wui. Wuh. Ja. Ja, komm, ich bin... Ey, die verliere ich mit, im Resch. Ja, echt mal. So, komm. Resch ist voll der Arsch, ey. Oh, scheiße. Hast du wohl Resch gehabt? Okay, komm, 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 komm. Nee, komm mal. Wui. Oh. Warte auf, jetzt zeig ich den Tricks, sie mit selbst überdicht. Pass auf. Hui. So, jetzt kommen wir jetzt mal an, pass auf. Hui. Ich krieg wieder keine Luft. Hör auf, nicht jetzt. Du kannst am Ende der Aufnahme wieder keine Luft kriegen, da kann ich schneiden, aber nicht jetzt. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft, hier, zack, bäck. Ich dachte, ich war damit nicht denken. Ja. Guck mal, wir haben schon zwei Minuten geschafft. Ja, tschüss. Okay. Was, wo reinfallen die eigentlich? Gehörne? Rote Beete in Grün, oder? Das ist Rosenkohl, kennst du nicht? Nee. Das ist das ekelhafteste Gemüse, was ich kenne. Das klingt so gesund. Guck mal. Das schmeckt auch ziemlich nicht. Guck mal, wir... Spring. Ja. Jetzt sag nicht, du hast die Taste gedrückt. Ich hab's gesehen, du hast sie nicht gedrückt. Du sollst auf den Bildschirm gucken. Ja. Bring mir ja nichts. Ich brauch hier nur maximal zehn Sekunden zu gucken und dann fährst du irgendwo gegen. Ach ja? Gott, ich kenn die Strecke langsam auswendig. Ja, ich auch. Ja. Guck, spring. Ja, und jetzt, und jetzt hoch und dann runter. Okay. Und wieder hoch. Okay. Pass auf, jetzt, pass auf, jetzt. Runter. Runter, ja, komm. Und jetzt bleibt es unten hoch. Ja. Und du hast es genau geschafft, an der gleichen Stelle wieder zu verkacken. Ey, sag doch nicht unten, wenn ich hoch muss. Du musst es nicht hoch. Ja doch. Das wäre schon nicht der Gegend. Danach. Wenn ich in die Mauer begegnen, gefahren wäre es dann, ja. Hehehe. Wie. Wie. Boah, wie das leckt. Ja, ne? Wie hier leckt das. Leck mich. Hehehe. Runter. Oh. Und jetzt bleib unten. Bleib unten. Hoch. Ja. Die Tasten reagieren nicht, Leute. Ich rufe, ich rufe den Hersteller, die Snowbox an. Ich will ihn umbringen. Lass mal Snowbox in Ruhe. Not-Bück. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Lefrosé. Lefrosé. Das ist natürlich für Snowbox. Not-Bück. Hahaha. Hahaha. Hey. Juuu. Wui. Hab ich schon mal fliegende Frösche gesehen? Ja, einmal. Ich auch nicht. Bleib unten. Ja. Hoch. Typ. Deine Tasten. Hahaha. Wow, Mann. Ich kenn den Weg doch jetzt. Warum fernst du? Mit meiner Inkompetenz zu tun. Joa, das ist alle, alle. Nein. Ich mach kein Sales, bevor du nicht da durchkommst. Och toll, ey, wie lang wollen wir hier? Das ist mir kackigartig, wenn ich hier noch 30 Minuten hochladen muss. 5 Minuten haben wir schon wieder. Ja, komm, dann schau ich jetzt. Ja, okay, komm, wir schaffen das, okay? Ja. Alles klar. Halbzeit. Ja, alles klar, komm. Halbzeit, das schaffen wir dann. Pass auf, hoch. Ja? Ich komm, ich muss gleich hier, hier, Dings. Gib mir ein Gamepad. Nein, Mann. Du machst das ohne Gamepad. Ja. Oh, Mitte. Äh, ja. Ja. Jetzt sag nicht, du hast mich gedrückt. Du hast mich nicht gedrückt. Aha, hab ich gesehen. So, komm, Mitte. Hoch, runter, hoch, springen. Äh, fast. Wieso hörst du das eigentlich auf dich? Ich hab keine Ahnung. Ey, was ich sagen wollte, äh, ja, ja. Ich komm jetzt jetzt, ne, schmier gleich schon wieder mal ab. Weil, weil wir so oft safe state laden müssen hier. Runter, hoch, springen. Ja, bitte. Spring, spring, way, Mitte, hoch, runter. Die Erbsen da unten. Jetzt da unten. Jetzt warten wir mal, bitte nicht gleich abkacken. Runter, jetzt runter, hoch, runter. Runter, hoch, runter. Runter, hoch, runter. Nein. Ja, der war schwer zu sehen, ne? Ja. Außerdem ist gerade, ja. Nein. Die Stoppuhr ausgegangen. Keine Ahnung. Ist ja nicht schlimm. Ja doch, ich weiß nicht, weil ich das Video stoppen muss. Dann mach doch so eine Pause. Nein, ich mach keine Pause. Das Spiel war doch gut Glück. Ja. Wee. 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 Also runter. Runter, hoch, runter. Da. Unten bleiben. Ja. Nicht so lange unten bleiben. Wie viele sind das denn? Eins? Ja, mehr als genug, scheinbar. Ja. Ja. Typ, Alter. Typ, Alter. Hör mal auf, Mann. Wie ein Digimon. Typus, Alter. Attacke. Altermon. Ja. Wenigstens springen wir mittlerweile sinken. Ja, runter. Runter, hoch, runter. Runter, hoch, runter. Runter, hoch, runter. Ja, ich hab's geschafft. Und ich hab's selbst. Ich hab's geschafft. Oh, ja gut. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du. Natürlich verkehrt. Hast nur sechs Minuten gedacht. Ja, ja. Oh. Was ist das zur Hölle? Scheinbar darfst du da nicht springen. Ich bin da nicht gesprungen. Ja, ich aber. Ich wollte dir nur zeigen, dass man da nicht springen darf. Achso. So, jetzt nicht springen. Nicht. 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 Aber das kann ich mir einfacher merken als es hoch und runter. Ja, hoffen wir es. Ja. So. Wee. Runter. Runter. Wee. Runter. Wee. 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 Runter. Oh. Achso. Ich war so an das Springen gewöhnt. Die kann ich einfach da wieder so Finger einbauen. Jetzt nicht. Nein. Ich zähl doch. Wee. Nicht. Wee. 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 Runter. Runter. Ich hab außerdem runtergedrückt. Ja. Meine Finger waren falsch lokalisiert. Ihr. Typus Alter. Ja. Eika. Drama. Digitiert zu. Fail Bob. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Springen. Wee. Ich. Nicht. Nicht. Wee. Nicht. Wee. Nicht. Nur wenn hier bin ich auch dagegen gefahren. Der war in der Luft. Okay. Wee. Ja. Wee. Und warum fang ich mit dem Wee an? Keine Ahnung. Ist schätzigal. Runter. Runter. Hoch. Hoch. Hoch war richtig. Aber du hättest vielleicht nicht runterdrücken sollen. Achso. Ach runter ist der Fall nach unten. Das ist korrekt. Ja gut. Das muss mir auch einer sagen. Wee. Das muss mir auch einer sagen. Aber guck mal. Ey. Ich hab dir was hingelegt. Ja. Ist es eigentlich paradox, dass wir in einem Frosch-Spiel Franzosenwitze machen? Wie weit ist die Aufnahme? Ui. Ja. Fast. Ich kann ja auch nach vorne drücken. Teilweise gut. Ich mein, die Zeit. Ui. Wir haben noch eine Minute. Das heißt, du kannst noch eine Minute lang beweisstellen, wie wir spielen nicht beherrscht. Ja, weißt du, wer hat denn in dem Teil jetzt nach dem Safe State öfter verkauft? Du, oder du? Soll ich erzählen? Ja. Jetzt ich. Ja, stimmt. Guck mal. Receiving status. Sending status. Ui. Ui. Ne. 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 Ja, du musst dann. Ich hab doch gedrückt, hast nicht gehört. Nö, ja, ja, du hast gedrückt, klar. Ich kann ja immer einen nicht drücken. Ui. Oh Gott, wenn ich das doch einmal sage, dann darfst du mir in die Fresse, in den Mund hauen. Ich möchte nicht in meinen LPs vulgär klingen. Munter, runter, hoch, hoch, runter, runter, hoch, hoch. Da war, da musst du ja halt auf das Ding jumpen, da komm ich gar nicht drauf, klar, ey. Ja, mach das. Ist mir egal wie, aber du triffst das. Okay. Ui. Meinst du, dann kommt noch ein... Scheiße. Du warst auch gedrückt. Ja, hinterher, nachdem das schon vorbei war. Ja, klatsch. Ja, okay, klatsch. Nacktkörper, klatsch, ja. Ui. Au. Ich darf dir die Fresse hauen. Ja, aber erst nachher, wenn die Aufnahme stoppen ist. Iiii. Hörst du mal auf mein Bett zu verhauen, Mann, das kann auch nichts für. So, jetzt komm, einmal noch und dann... Ui. Und dann, ähm... Ja, heb die Beine an. Guck mal, das kriegen wir teilweise hin. Runter, runter, hoch, runter, hoch, hoch, springen. Ui. Nicht genau. Ui, mal daneben. So. Letzter Versuch. Ist das eigentlich in der Mitte? Nein. Oder oben. Weil, Mitte, Mann. So, einmal versuch was noch. Und dann... Ne, jetzt nicht mehr. Leute. Wir haben wieder eine Hälfte geschafft. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Tschüssi. Tschööö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö